Zwischen 400 und 500 Kolleginnen und Kollegen versorgt die Betriebsküche in der Bayeramer Straße tagtäglich. Im Team dabei ist Julian, unser Lehrling. Wie es ihm in seinem Arbeitsmarkt geht, schauen wir uns jetzt an. Da ist er ja, der Julian. Servus Julian. Hi, grüße. Was machst du denn da? Ich kriege gerade das Essen aus für einen seiner hungrigen Kollegen von der Salzburger AG. Aha, was machst du bei uns für eine Lehr? Ich mache eine Lehre als Koch. Wie bist du darauf gekommen, dass du bei uns kochen lernst? Durch eine gute Freundin von meiner Mama. Die hat mir gesagt, dass da eine Stelle frei war. Dann war ich mal schnuppern da. Dann hat es mir gleich so gefallen. Dann habe ich nicht ablehnen. Und der Arbeitstag, wie schaut der aus bei dir? Also ich komme um 36 Uhr und dann tun wir mal alles vorbereiten. Zum Beispiel Nudelkocher und so weiter. Dann machen wir die ganzen Sozen. Dann noch Zeugschnei, falls wir was brauchen für den nächsten Tag. Dann ja. Dann ist ja um 11 Uhr, kommen dann auch schon die Kollegen. Wie kommst du so mit deinen Arbeitskollegen zusammen? Voll gut. Sind alle voll nett und so. Und passt alles. Ist irgendwas Lustiges passiert oder geht es stressig zu? Ja, während der Mittagszeit geht es schon recht stressig zu. Aber auch wenn da mal ein Deller einfällt oder so, darfst du nicht aus der Ruhe kommen. Das denke ich mir. Und jetzt wirst du ein wenig Stress haben. Ich halte dich auch gar nicht mehr auf. Ich sehe auch schon, dass die ersten Gäste kommen. Du, danke fürs Gespräch und einen schönen Tag noch wünschst du dir. Bitte dir auch. Ciao. Bitte dir bitte. Bis zum nächsten Mal.